Hallo, wir sind hier in der LTE Turbo Box von Vodafone und ich möchte Ihnen nun zeigen, wie schnell die verschiedenen Geschwindigkeiten von Vodafone sind. Als erstes hier die GSM-Geschwindigkeit. Wie Sie sehen, passiert nicht viel. Nun, GPRS, ein laues Lüftchen weht. UMTS, das war schon etwas schneller und windiger hier. Und nun LTE Speed. Wie Sie sehen, LTE von Vodafone, da haut es einen von den Socken. Herr Burrath, was sagen Sie? Ich bin fast weggeweht rum, so schnell ist das. Aber jetzt besteht natürlich bei mir die Befürchtung, dass die Daten gar nicht mehr zu lesen sind, weil die so schnell wieder verschwunden sind. Sie müssen sie natürlich auf Vodafone-Endgeräten aufnehmen, dann klappt das schon. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das hier mit uns gemacht haben. Sie sehen auch jetzt deutlich nochmal besser frisiert aus. Und ich würde sagen, wir wünschen Ihnen dann viel Spaß beim weiteren Rundgang. Ich hoffe, dass wir in das Vodafone bis dahin nicht mehr erreichen. Und nach rechts, nach rechts mal zeigen. Rundgang Bis zum nächsten Mal. Rundgang Bis zum nächsten Mal. Rundgang Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.